Was ermöglicht am Standort Wien Regelstudien und Studien der Weiterbildung? Meine sehr geehrten Damen und Herren, Vienna International Studies Wies ermöglicht am Standort Wien Regelstudien und Studien der Weiterbildung. In den Regelstudien alle drei Ebenen, Bachelor, Master und die Promotion. Ich möchte Ihnen heute speziell die Möglichkeit, ein Masterstudium zu absolvieren, vorstellen und hier exemplarisch für die vielen Möglichkeiten, die uns Kooperationen mit unterschiedlichen Hochschulen eröffnen, eines herausgreifen, das Masterstudium an der Hochschule in Allensbach. Die Hochschule Allensbach aus Konstanz bietet Masterstudien auf der Ebene 2 in Bologna an, die man mit 120 ECTS absolvieren kann und für die ein abgeschlossenes Bachelor oder vergleichbares Studium die Zugangsvoraussetzung ist. In den Masterstudien der Hochschule Allensbach gibt es die Möglichkeit, den wirtschaftlich orientierten MBA zu machen, aber auch den Master of Arts oder Magister Artium nach baden-württembergischen Studienrecht, der auch als Magister verliehen werden kann, was für österreichische Studenten oft ganz interessant ist. Diese fünf Studienmöglichkeiten, die es gibt, können also entweder als MBA oder als MA-Studien absolviert werden. Regelstudienzugang habe ich Ihnen schon erzählt, 120 ECTS, es gibt aber auch ein Masterstudium, das darauf Rücksicht nimmt, dass jemand beispielsweise eine vierjährige Vorausbildung hat, es gibt ja auch Bachelorstudien mit vier Jahren und dann kann man einen MBA in drei Semestern mit 90 ECTS absolvieren. Die Masterstudien der Hochschule Allensbach schaffen natürlich auch die Zugangsvoraussetzung zu einem anschließenden Promotionsstudium. Wenn Sie Interesse haben über Anrechnungen, Zulassungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, dann schreiben Sie uns bitte. Wir freuen uns. Wies at Vienna Studies dot com. Dankeschön.